Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Kaufland-Foot-Hall. Heute habe ich sehr wenig eingekauft, das heißt 27 Euro circa. Deswegen wird es heute nur ein ganz ganz kleiner Foot-Hall. Und zwar gab es ein Angebot, Hähnchenbrust und Brunenbrust einmal gegrillt, also beides gegrillt, genau. Und die haben halt sehr wenig Punkte, deswegen habe ich mal zweimal mitgenommen. Wieder mein Hähnchen-Kantoffelsalat, wie immer, Vollkorn-Toast, normaler Toast. Dann habe ich zweimal Wasser mitgenommen, zweimal Pepsi, das Zero. Zweimal diese Frozen-Joghurt, das ist jetzt hier mit Vanille und Kirsche, genau, wie gesagt, zweimal für die Kinder. Dann habe ich Kriestraum mitgenommen, es geht von den Punkten her noch, das ist jetzt nicht so punktearm, aber es geht noch. Schoko-Kriestraum und Erdbeere zweimal, Milchschnitte gab es im Angebot, das ist eine Karte. Es gab natürlich wieder nur einen Kukwag, muss ich mal unter der Woche nochmal gucken. Erdbeere, denn die schmecken einfach total lecker, aber mein, unser Kaufland hat die nie, also wirklich fast nie. So, gefüllte Croissants, wie immer. Dann habe ich Backkamenbeere, die gibt es auch im Angebot und die Kinder lieben die. Okay, dann habe ich Pizza hatte mal ein Stückchen mitgenommen, die kosten nur noch 27 Cent. Einmal Katzenstreu, dann ein Pack Bananen. Das habe ich noch mitgenommen, das ist Fruchtquatsch, das hat nur noch 1,49 Euro gekostet. Und einmal Soja-Liked-Milch für 1,39 Euro. Die mache ich gerne mit Kiesbäu oder Putschi oder halt, wenn ich Milch brauche. Viermal Salamsteien. Einmal Tomatenrost, Tomaten. Und bei der gibt es ein Angebot, da habe ich einmal Spaghetti. Ja, einmal und dann dreimal diese dickeren Nudeln, die mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag die dickeren Nudeln lieber. Ja, meine Lieben, das war's. Und dann sehen wir uns im nächsten Foto. Diesmal habe ich nicht so viel angekauft, weil letzte Woche waren wir eigentlich immer noch unterwegs. Und da gab es nicht so viel, was wir zu Hause gegessen haben. Deswegen haben wir noch einiges da. Aber nächste Woche gibt es wieder mehr. Bis dann, tschüss.